Das Rätselraten ist vorbei. Es gibt einen neuen Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz. Er ist auch Vorsitzender der Europäischen Bischofskonferenzen und er ist in diversen Beratergremien im Vatikan und berät Papst Franziskus. Es ist Reinhard Kardinal Marx, der neue Vorsitzende. Ludwig Ringalfel, was sagen Sie zum neu gewählten Vorsitzenden? Mit dieser Wahl haben sich die Bischöfe entschieden, einen starken Mann an die Spitze zu wählen. Er ist ja nicht nur von der Statur her ein starker Mann, sondern auch vom Durchsetzungsvermögen her einer, der es drauf hat. Er ist ein Macher, er ist ein machtbewusster Kardinal. Das ist eine ganz bemerkenswerte Entscheidung, dass man sich für ihn entschieden hat. Wie ist Kardinal Marx denn kirchenpolitisch einzusortieren? Er war früher, als er Bischof in Trier war, galt er eher als konservativ, hat sich dann in München ein bisschen gewandelt und jetzt gerade im letzten Jahr, also seitdem Papst Franziskus in Rom regiert, hat er sich eher so als nachdenklichen, mehr seelsorgerischen Oberhirten dargestellt. Also er hat auch eine Entwicklung durchgemacht. Das sagt er auch so und sagt, ich denke heute ein bisschen anders als noch vor ein paar Jahren. Jetzt hat es vier Wahlgänge gedauert, bis sich Kardinal Marx als Gewinner durchsetzen konnte. Was bedeuten diese vier Wahlgänge? Sonst in den vorherigen Jahren bei den letzten Wahlen waren es immer drei Wahlgänge. Was bedeuten diese vier? Das bedeutet zunächst mal, dass er keine Zweidrittelmehrheit bekommen hat in den ersten Wahlgängen. Das lag daran, dass es eben ein ziemlich breites Feld von Kandidaten gab. Es gab ja viele Namen, die gehandelt wurden und einige von denen haben offenbar auch eine gewisse Anzahl von Stimmen gehabt. Und dann hat das eben ein bisschen gedauert, bis sich das so rausmändelte. Aber absolute Mehrheit ist ja immer noch eine ziemlich breite Mehrheit und vier Wahlgänge ist jetzt auch wieder nicht so lange. Also der Papst in Rom hat ja damals immerhin fünf Wahlgänge gebraucht. Würden Sie sagen, das spricht dafür, dass er in der Bischofskonferenz unter seinen Mitbrüdern breit gesettelt ist, dass er da von allen anerkannt ist? Ja, es gab natürlich eine gewisse Skepsis wegen der Ämterhäufung, weil er eben schon so viele Posten hat. Dann haben einige gesagt, also wie kann der das schultern, dass er jetzt noch einen Job übernimmt. Dann hat er aber angedeutet, dass er vielleicht den Job in Brüssel doch aufgeben wird oder zurückfahren wird. Und das war, glaube ich, dann ausschlaggebend dafür, dass man ihn dann doch gewählt hat. Marx strahlt ja auch eine sehr starke Präsenz aus, Sie haben es eingangs schon gesagt, auch für die Medien. Und da war ja heute das Aufkommen sehr groß. Jeder reißt sich jetzt um ein Interview mit ihm. Was bedeutet diese Person nach Kardinal Marx, der ja gut sprechen kann, der frei sprechen kann, aber dennoch sehr zögerlich ist in Interviews? Was bedeutet das für die Medienlandschaft und die Präsenz der katholischen Kirche? Für die Medienpräsenz der katholischen Kirche ist das natürlich ein Vorteil, dass er so sprechfähig ist, dass er einfach rhetorisch sehr begabt ist, gut rüberkommt, auch in Talkshows, in Vorträgen, überall. Also das ist ein großer Vorteil und das hat, glaube ich, auch eine Rolle gespielt bei dieser Wahl. Danke für das Interview, Ludwig Ringeifel. Die gesamte Pressekonferenz mit dem frisch gewählten Reinhard Marx können Sie auch auf katholisch.de in der Mediathek noch weiterhin anschauen.